Drache verlässt den Bereich. Ich werde Maxis schon bald finden. Es ist fast alles so, wie es sein sollte. Du hast versagt! Ihr werdet alle verfassen! Ich hab's dir gesagt! Der Doktor lässt sich nicht bestechen! Nach der Insel dachte ich, ich müsste nie wieder derart faulige Gerüche einatmen! Ich lag falsch! Ich lag sowas von falsch! Ich habe ihn! Schreiner! 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 Was? Ja, sehr lecker. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.